Mama sagt aufwachen, schau mich an, ich bin noch müde, fühl mich so als hätt ich kaum geschlafen in der Nacht und es ist Tatsache Saß da bis drei Uhr nachts um alte Manga, schau sie an, beeil dich, sonst läufst du noch zum Bus und pack dein Scout ranziehen Reebok Sneakers am Ende der Jeans und ich bin verliebt, doch sie findet mich nur niedlich Doch dieser Typ mit seinem Eastpack ist cooler, also kauf ich mir mal auch einen in Roten, der war günstiger Yeah, aha, yeah, yeah, ich gebe kein Geschlechtsverkehr Yeah, aha, yeah, yeah, ich gebe kein Geschlechtsverkehr Mama steht im Wohnzimmer mit Reisetasche, schenken mir keine Beachtung, weil Superman läuft Und sie nicht weg, doch, 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 sie haut ab, dein Vater heiratete Schnaps, sie holt mich ab ins Frauenhaus, fang hier ein neues Leben an Neue Wohnung, eine Matratze, zwei Teller und ein Radio Wahnsinn, Phänomenon im Hintergrund, das Tamagotchi geht kaputt hier jeden zweiten Tag Doch es war bis dato die schönste Zeit Yeah, aha, yeah, yeah, ich gebe kein Geschlechtsverkehr Yeah, yeah, aha, yeah, yeah, ja, ich gebe kein Geschlechtsverkehr Ja, ich bin ver horrific, doch, ich gebe, ich bin ver sanitisch Ja, ich bin veraine Potenzial, doch, ich gebe, ich bin ver horrific, ja, ich bin ver aquellos Ja, ich bin ver procedures, ja, ich bin ver Ecmaotchi Ja, ich bin verosi, ja, ich bin ver explosion, ja, ich bin ver advised Mama sagt, aufwachen, wühk sie an, mit 1. Stunde fällt heute aus und sie geht raus zur Arbeit und ich bleib zu Hause Schlaf noch aus, abends die Haus-Party, wir hören Will Smith Ich trink zu viel und kotze daneben in ihr Bett Forum Final Fantasy, ich fang zu rappen an Mit einem Metal-Freak aus Düsseldorf Bester Typ, erste Freunde, Dummste, schon zu Gin und Wine Ich viel zu klein für sie und Ki zum Party, deshalb Jungfrau bis 17 Yeah, aha, yeah, yeah Ich gebe kein Geschlechtsverkehr Yeah, aha, yeah, yeah Ich gebe kein Geschlechtsverkehr Yeah,校ر ist, schön, dass ich lebe Yeah, Schüler, rzeczywiście, dye, superpower Yeah, 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 superpower Mama sagt, aufwachen, mach aus deinem Leben was, ne Ausbildung Studium, nen festen Job Doch lass mich erstmal ausschlafen, gehe raus auf die Bühne Vor Erfolg von Chimperator, Publikum geht nicht ab Nicht mich hier um mich zu sehen und Album raus kostet nichts Leider will keiner es hören 8.000 Downloads und Rockstar ist der einzige Fan Groupies hätte ich, wenn ich wohl ein Rapper wäre Stattdessen seit 3 Jahren dieselbe, die ich geschlechtsverkehre Ich gehe raus